Hi und servus liebe Leute, willkommen wieder zurück zu meinem neuen hier fixen Let's Platin Run bei mir im Kanal. New Blas Welt steht jetzt hier an, na, unschwer zu erkennen hier, das ganze Ding hier hat ja auch Platin, na, was ist das auch hier? 85% haben das Ding sogar, wow, ok, ähm, ja, na, hier, jede Menge hier häufig, weil ja, na, Brosse, Gold, Silber gibt's keine, dafür Platin, na, das Ding haben wir, ähm, ja. Ja, ist sogar fast so, dass ein Abspann länger dauert, wie das Spiel selber, aber gut, na, das sehen wir ja dann, also wenn man jetzt hier einfach den Charakter hier, das ist New Blas, na, äh, ah, Fighter gehört dazu, haha, ja, BB Fighter, na, haha, so, äh, also, Press hoch to enter, genau, man sieht's ja hier in den Options hier, Demo, New Blas 2, ganz wichtig, das ist ja auch mit dabei, sogar eine Demo hier, machen wir es extra mal auf Deutsch hier, na, so, hat er sogar auch Deutsch hier, na, guck mal hier an. Hilfe, so, macht aus Üben ist Viereck, benutzen ist, äh, Dreieck, da nehmen, Kreis, X springen und R1, das heißt, packen, ja, aufstehen, bücken, na, hoch runter und links bewegen. So, mehr gibt's hier nicht, so, haben wir hier einfach, äh, haben wir das Ding hier einfach mal an hier mit Spielen, wählt ja eine Figur, ach, ja, nehmen wir hier Edu, oder Edu, Edu, keine Ahnung. So, das ganze Ding, keine Ahnung hier, also, das Spiel ist hier nicht wirklich so prickelnd, aber, ja, ist übrigens auch aus der PSN Store, by the way, auch normalerweise unter 5 Euro, ja, oder 7 Euro oder sowas hier, auf jeden Fall, mehr würde ich garantiert nicht dafür zahlen, also, dann würde ich eher noch warten auf ein Schnäppchen im Store, na, weil, ja, halbe Stunde jetzt sogar, roundabout bis Platin, äh, Das lohnt sich nicht, zack, da hier schon die Aus-de-Gold-Trophy, na. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Komisch? Was ist jetzt gerade verkackt, oder was? Ah! Ja, also es wird gerade eben hier exportiert hier nach YouTube, na, läuft jetzt gerade momentan, also normal ist es so eine halbe Stunde oder sowas hier auf YouTube theoretisch ready, muss aber ja eher zwecks YouTube, Quatsch, zwecks Twitch, Affiliate Partnerschaft, muss ja mindestens 24 Stunden warten, bevor ich es hier, ähm, ja, auf YouTube online schalten könnte, aber in dem Fall komme ich auch sicher, Montag oder Dienstag oder sowas hier. Ja, vorher kommt das nicht, weil, ja, vorher komme ich dazu nicht, dass ich das da online schalte, aber du kannst ja hier auf Twitch angucken, wenn du ja bei mir da drauf gehst, siehst du meine Videos und, ja, da ist ja auch drin, zum Beispiel, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, gab es direkt vor Ort, Jungen Ucam. Also von Meizung, also vonicker, bei mir danach hier st hay unten raus, aber der Vielen Dank. Vielen Dank. Das muss ja auch nicht sein. Wie du ja siehst, kannst du mich ja hier theoretisch abonnieren und so weiter. Und das hier hat den Status, würde ich eigentlich gar nicht verlieren. So ein ähnliches Game, das wollte ich zwar theoretisch heute auch noch durcheiern, aber ne. Da ja hier das Webclipping und so weiter hier nicht so wirklich geklappt hat, lassen wir das halt so. Ich meine hier, drei Platte sind dennoch hier wat. Ein AAA-Titel dabei. Das passt. Ja, naja. Aber gut, das ist ja ja bei Twitch, da kannst du dir das hier dann immer noch da direkt angucken, wenn du willst. Und oder bei YouTube noch zusätzlich. Egal. Beide sind ja die nichts dagegen. Hehehe. Hehehe. Ich has. Ja, wirklich. Vielen Dank. 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 Ja, so war das ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey. Hey, hey. twitch titel hier wurde jetzt gar nichts anderes auswählen wie das da muss ich das ist halt neben heftig er steht hier Prozent ja ich glaube das müsste aber zwei verschiedene games sein glaube ich weiß nicht weil hier ist ja immer ein Demo Nublar 2 dabei ne also das ist hier schon mal nicht schlecht so ab geht's Kapitel 3 die blaue Stadt sehr schön die die Vielen Dank. 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 Bye. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Theoretisch haben wir jetzt auch hier noch die Möglichkeit hier da, ne, auf weiter nochmal zu gehen und den Rest nachzuholen, falls wir es verpasst hätte. Aber, haben wir es jetzt gerade gesehen, Platin ist da, ne, was wir es wäre, Fop, nochmal eins, oh Platin gehört es auch hier zu den 7er, äh, schmarrn, zu den 85%, glatt. Ja, na, dann war es mit Nublar, 5 Platins heute, ne, ja, ja, genau, Far Cry 3 Classic Edition, haben wir jetzt das Rest voll platiniert hier, Check and Chill DX, dein YouTube Cup 3D und jetzt hier Welt von Nublar. Ja, reicht für heute, würde ich meinen, he, Montag, hau mal rein hier mit, ähm, Mittelerde, äh, Mittelerde Schatten des Krieges, genau, also der neuere Teil von den beiden, Morderschatten ist ja schon längst bei mir, Platin auf dem Kanal. Genau, ja, für jetzt sage ich soweit, vielen Dank fürs Zuschauen, ne, weil, ich weiß, wie jetzt auch hin, 225 Platins haben wir jetzt und, ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und, ja, haltet die Ohren steif, ne, macht keine Dummheiten und so und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, Montag wieder, ja, wünsche euch was, ne, haut rein, servus und tschöö und sechle. Das war's, ne, haut rein, servus, ne, haut rein, servus und sechle.